Heute ist nicht das Ende aller Tage, denn Satan macht Urlaub und deswegen muss Satan auf eine Postkarte schreiben. So, liebe Mama, hier im Urlaub ist es schön. Das Essen ist gut, geht aber ganz schön ins Gold. Teufel sei Dank scheint hier den ganzen Tag die Sonne... Scheiße, zum Glück habe ich aber noch eine Ersatzpostkarte dabei. Liebe Mama, Urlaub, Föhn, Essen, Teuer, im Moment regnet es leider... Nicht aufregen, nicht aufregen. Mama, die Sonne, der Regen, Sonnen... Petrus, hör auf mit dem Scheiß. Meinst du, ich merke nicht, dass du das mit Absicht machst? Nein, nein. Mama, der Urlaub ist scheiße, das Essen zum Kotzen und das Wetter ist mir scheißegal. Grüße, Satan.